Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 28 Nummer 28 Der Kuchen in diesem Café ist sehr lecker. Der Kuchen in diesem Café ist sehr lecker. Les Gâteaux de ce Café sont délicieux. Wir haben diesen Urlaub wirklich verdient. Wir haben diesen Urlaub wirklich verdient. Wir haben diesen Urlaub wirklich verdient. Nous avons vraiment mérité ces vacances. Am liebsten spiele ich mit Autos. Am liebsten spiele ich mit Autos. Am liebsten spiele ich mit Autos. Ce que je préfère, c'est jouer avec des voitures. Wir beobachten den Sonnenuntergang. Wir beobachten den Sonnenuntergang. Nous observons le coucher du soleil. Im Spinnennetz sind Tautropfen. Im Spinnennetz sind Tautropfen. Im Spinnennetz sind Tautropfen. Dans la Toile d'Araignée, il y a des Gouttes de Rosé. Der Hund steht vor der Sonne. Der Hund steht vor der Sonne. Le chien se tient devant le soleil. Die Schule macht ihn völlig fertig. L'école le détruit complètement. Zeig' mir mal die Karte. Montre-moi la carte. Beim Essen sieht sich Emil eine Fernsehsendung an. Pendant le repas, Emil regarde une émission de télévision. Ich bin seit zehn Jahren im Ruhestand und genieße meine Freizeit. Ich bin seit zehn Jahren im Ruhestand und genieße meine Freizeit. Ich bin seit zehn Jahren im Ruhestand und genieße meine Freizeit. Je suis à la retraite depuis dix ans et je profite de mon temps libre. Die Wassermelone gibt mir Flüssigkeit nach dem Laufen. Die Wassermelone gibt mir Flüssigkeit nach dem Laufen. La pastec me permet de m'hydrater après la course. Warum stehst du mitten auf der Straße? Warum stehst du mitten auf der Straße? Tom hält ihr Bein mit seiner linken Hand. Tom hält ihr Bein mit seiner linken Hand. Tom tient sa jambe avec sa main gauche. Sie hält die Kette mit beiden Händen. Sie hält die Kette mit beiden Händen. Sie hält die Kette mit beiden Händen. Elle tient la chaîne à deux mains. Der Sonnenhut hat eine breite Krempe. Der Sonnenhut hat eine breite Krempe. Der Sonnenhut hat eine breite Krempe. Le Chapeau de Soleil a un bord large. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Bist du warm genug angezogen? Bist du warm genug angezogen? Est-tu assez chaudement habillé? Der Junge spielt mit seinem Holzauto. Der Junge spielt mit seinem Holzauto. Le garçon joue avec sa voiture en bois. Peter betrachtet sich im Spiegel. Peter betrachtet sich im Spiegel. Peter se regarde dans le miroir. Meine Füße sind nackt. Meine Füße sind nackt. Mes pieds sont nus. Ich helfe beim Kuchenbacken. Ich helfe beim Kuchenbacken. Ich helfe beim Kuchenbacken. J'ai de faire des Gâteaux. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Sie hält ein rotes Herz in ihren Händen. Sie hält ein rotes Herz in ihren Händen. Sie hält ein rotes Herz in ihren Händen. Er steht auf dem Dach des Gebäudes und fotografiert. Er steht auf dem Dach des Gebäudes und fotografiert. Il se tient sur le toit de l'immeuble et prend des photos. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Je ne veux pas de ça. Ich esse Zuckerwatte auf der Kirmes. Ich esse Zuckerwatte auf der Kirmes. Ich mange de la Barbe à Papa à la Fête Foraine. Uwe liegt im Planschbecken. Uwe liegt im Planschbecken. Uwe liegt im Planschbecken. Uwe liegt im Planschbecken. Er will mir meine Stifte wegnehmen. 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 Il veut me prendre mes Crayons. Sie geht mitten auf der Straße. Sie geht mitten auf der Straße. El marche au milieu de la route. Das Wasser ist morgens noch ziemlich kalt. Das Wasser ist morgens noch ziemlich kalt. L'eau est encore assez froide le matin. Schaut mal, wie windig es hier ist. Schaut mal, wie windig es hier ist. Regardez comme il y a du vent ici. Jeden Monat wird ein weiteres Tattoo gemacht. Jeden Monat wird ein weiteres Tattoo gemacht. Jeden Monat wird ein weiteres Tattoo gemacht. Chaque mois, un autre tatouage est réalisé. Ich esse gerne Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. J'aime bien manger de la viande. Mama ist meine persönliche Friseurin. 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 Ich kann das nicht glauben. 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 Wir beobachten, was auf der Straße passiert. Nous observons ce qui se passe dans la rue. Es gibt Waffeln und Milch zum Frühstück. Il y a des gaufres du lait pour le petit déjeuner. Oben auf dem Berg steht ein Kunstwerk. Oben auf dem Berg steht ein Kunstwerk. En haut de la montagne, il y a une oeuvre d'art. Das Kind steht am Zaun und lächelt. Das Kind steht am Zaun und lächelt. L'enfant se tient près de la clôture et souris. Ava sitzt auf dem Boden, trinkt Kaffee und isst Kuchen. Ava sitzt auf dem Boden, trinkt Kaffee und isst Kuchen. Ava sitzt auf dem Boden, trinkt Kaffee und isst Kuchen. Ava est assis par terre, boit du café et mange du gâteau. Er steht mit seiner Angel bis zum Bauch im Wasser. Er steht mit seiner Angel bis zum Bauch im Wasser. Il est dans l'eau jusqu'au ventre avec sa canne à pêche. Der kleine Junge läuft den Weg zum Strand hinunter. Der kleine Junge läuft den Weg zum Strand hinunter. Le petit garçon descend le chemin vers la plage. Mein Bart soll immer gepflegt aussehen. Mein Bart soll immer gepflegt aussehen. Je veux que ma barbe soit toujours bien entretenue. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Voici maintenant quelques Rediffusions des Episodes précédents. Das ist eine große Überraschung. C'est une grande surprise. Sollen wir gemeinsam das Geschenk öffnen? Sollen wir gemeinsam das Geschenk öffnen? Devons-nous ouvrir le cadeau ensemble? Julia gießt Sauce über das Essen. Julia gießt Sauce über das Essen. Julia verse de la sauce sur le repas. Ich warte darauf, dass der Kaffee abkühlt. J'attends que le café refroidisse. Traußen ist nichts los. Draußen ist nichts los. I ne se passe rien dehors! Regnet es immer noch? Ich zeichne, was ich sehe. Ich zeichne, was ich sehe. Das ist nicht gut für meine Figur. Das ist nicht gut für meine Figur. Das ist nicht gut für meine Figur. David steckt mir einen Ring an den Finger. 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 Wie oft schneidest du die Hecke? Wie oft schneidest du die Hecke? Wie oft schneidest du die Hecke? Du kannst ein Sandwich essen. 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 Die Ziege bleibt ab jetzt bei mir. Die Ziege bleibt ab jetzt bei mir. Die Ziege bleibt ab jetzt bei mir. Ich habe immer noch viele Schallplatten. Ich habe immer noch viele Schallplatten. Ich habe immer noch viele Schallplatten. Wir genießen den Abend am Strand. Wir genießen den Abend am Strand. Wir genießen den Abend am Strand. Nous profitons de la soirée sur la plage. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Ich verstecke mich hinter dem Vorhang. Je me cache derrière le Rideau. Blaue Krokusse im Frühling. Blaue Krokusse im Frühling. Blaue Krokusse im Frühling. Des Krokusse im Frühling. Ich bin in Eile. 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 Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Ich bin in Eile. 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 Die Kanal abonnierst automatically! Vielen Dank.